Wir wollen mit ein paar Vorurteilen über Studierende und das Studium aufräumen. Vorurteil Nummer 2. Studentenleben heißt jeden Tag ausschlafen. Also wer hier schon an der Hochschule Esslingen studiert, der weiß, dass unser Stundenplan teilweise sehr früh anfängt. Also es kann schon mal passieren, dass die Stunde um 7.35 Uhr losgeht. Es gibt auch natürlich Tage, da geht es erst um 9.30 Uhr los, aber dass ihr jetzt pauschal jeden Tag bis Mittag schlafen könnt, das ist leider nicht der Fall. Ich schlafe auch gern aus, aber ist leider nicht so. Deswegen stellt euch da drauf ein. Es ist quasi wie ein Vollzeitjob, also es ist schon viel zu tun und ihr werdet auch nach der Uni heimgehen oder nach der Hochschule heimgehen und noch Sachen zu tun haben. Also es gibt genug und es ist nicht nur Halligalli und Konfetti bei uns. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal. Seht ihr dann nochmal. Vielen Dank.